Seit der Geburt von Töchterchen Mathilda im Oktober 2017 schweben Miriam und Felix Neureuther auf Wolke 7 und geben auf Instagram häufig Einblicke in ihr Familienleben. Mit Hund Buddy sind die Neureuthers eigentlich zu viert. Doch Nanu? Hat es im Hause Neureuther etwa wieder Nachwuchs gegeben? Oh, schon vier, schreibt ein Fan zu dem Foto, das die Biathletin jetzt auf Instagram teilt. Doch damit sind nicht etwa vier Kinder gemeint. Miriam und der kleinen Mathilda leisten drei Hunde bei ihrem gemeinsamen Sonntagsausflug Gesellschaft. Mit ihrer sieben Monate alten Tochter auf dem Arm genießt die 27-Jährige die heimische Natur und den atemberaubenden Ausblick. Sie gönnt sich eine Schmusestunde am See. Bei dem romantischen Foto kommen die Fans aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Kommentare wie sehr schönes Foto von euch, süße Familie, schönen Sonntag noch oder sehr schön, Sonne, Berge, Freunde und Familie, was will man mehr, finden sich unter dem sonnigen Posting. Da können wir uns nur noch anschließen. Lediglich Papa Felix wird von den Fans auf dem Schnappschuss vermisst. Doch wer weiß, vielleicht hat ja der stolze Familienvater das Erinnerungsfoto selbst geknipst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.